nur mit dem grappling hook ich habe eine shotgun keine chance nicht die map wieder obwohl dies eigentlich ist das eine gute map das heißt es gibt jetzt nur noch auf dem server drauf das heißt sie kann immer noch traiter werden kann man nicht kicken das ist kein minecraft ihr könnt nicht dran drucken und dann nicht runter ich hab das explodiert ich hab ein piepen also tinnitus war meine schuld eigentot und auf mich schießt early was überhaupt nicht da los ja wenn ich tot bin wenn ich tot bin confirmed bei der die noch ab das eben muss nicht confirm hat er gesagt er musste es versuchen wie glaube ich da noch nicht du hast es doch gesehen in dem moment eben nicht crd schießt mich jetzt eh ab wenn ihr beide trader seid dann herzlichen glück da schießt jemand da hat jemand geschossen ja ich hätte gern gewusst ob early es war leider nur vom dach gefallen das ist der detektor wirklich tot der war eben bei mir und ich habe nicht mehr gesehen ja er ist tot na das fängt ja toll an da ist reese und ok wer ist da noch bei dir chd ich war noch bei reese ich bin bei reese naja der der von euch dreien die gerade noch reden in nur ist kann die anderen beiden erschießen ja und dann bist du es es sind aber laut meiner anzeige noch acht komplett am leben das heißt es wurde bei keiner confirmt der detektiv redet nicht early ist vom haus gefallen und am anfang ist war cd das der vom dach gesprungen ist und da nur was mit dir anfang der runde der der rede weiß ja dass ich inno bin ja ich weiß auch dass ich inno bin das ist doch klar dann kannst du ja die anderen beiden abschießen ja ich weiß auch die anderen abschießen ja ich müsste ja drei abschießen ich weiß ja nicht wer von euch der inno ist wir müssen dann nicht unbedingt drei abschießen wir müssen genau so drei abschießen wir wissen aber trotzdem nicht das ist egal einer ist reso nein ist das nicht egal sagst du immer einer er ist auch true story muss was neues bringen und schießt auf mich wie unerwartet hört ja nicht auf mich ich habe auch keine art ich kann damit nicht spielen du hast ne scout also streng dich an lesen ich kann das ja nicht ernsthaft weil er hat meistens recht party das ist einfach so lustig echt ich bin vom haus runter geflogen immer dann wenn du ihm glaubst verarscht er dich und wenn er dich nicht verarscht glaubst ja das ist so schlimm ich bin bei eisli eisli ist er bei mir aber ich beobachte ihn ich muss mir doch mal von meinem äußersten sportfunk zuhör ich kann mich so nervig du darfst mich sehr gerne beobachten aber nimm diesen shotgun dafür runter ich bring ein friedensangebot mit eisli sei so fair eisli nee lass die shotgun fallen denkst du ich tritt hier unbewaffnet gegenüber ja du könntest eine pistole nehmen oder irgendwas anderes aber dann lass die shotgun wirklich ACAD ich hab DALU verloren DALU ist hier hinten weiter hier hinten lang ah ok ist da oben hoch sind beide Trailer und der Rest ist tot warum reden so wenigen nur noch das wollte ich dann versuchen rauszufinden ja wieso wohl irgendeiner schießt hier wieder ok ich wurde auch mal geschossen verschießt wovon welche Waffe äh ich glaube es hat Ping gemacht warum zielst du auf andere Leute Ping ist eher weil ich gucken möchte wer da ist ich kann das ja nicht sehen noch in der Entfernung was hat sie gesagt ach scheiße ich hab den Namen nicht verstanden da ist ein Detektiv ja guck mal wer die Leiche ah jetzt liegt bei dir kommt jemand nochmal nochmal was hast du gesehen ok da kommt DALU ich bin tot lebt wohl als ob schießt auf mich schießt auf mich schießt auf mich schießt auf mich auf wen schießt du Können jetzt GZD zum Abschlussfrage geben. Ok. Hab ich getroffen? Du? Jawoll. Wir haben beide überlebt, die Traitors. Jupp. Ich hab nur einen Kick gemacht. Gut war ich ja noch nie. Wir sind stolz auf dich Königskind. Du hast mal Leute getötet. Ja. Ich hab ein Explosive Fass dabei. Ich muss dieses Ding entsorgen. Können dich dazu entsorgen. Eislin. Hallo Königskind. Ist dein Rezo? Hallo Rezo. Da wo ist es? Bitte fall ich jetzt nicht runter. Rezo schießt die Fässer. Die ist doch immer auf die Fässer. Es müsste ja mittlerweile... Loll. Warum lächelst du Inno aus? Ich hoffe in das Rezo. Warum lächelst du Inno aus? Warum lächelst du Inno aus? Ist du Inno? Nein? Hast du Nein gesagt? Jetzt darfst du. Ich hoffe in das Party. Ja klar. Geht raus. Hm. Schiehst du mir deinen Rücken? Nein. Auch wenn du dazu gehst. Rezo das auch. Connection Problems. Und tschüss. Dalu ist sie noch? Im Haus? Ich schieb mir den Fass an. Action Problem. Action oder Connection Problem? Action oder Connection Problem? Connection. In irgendeiner Art Action Problem. Rezo ist es nicht. Connection. Sehr zu wenig Crave. Und kann deswegen kein Action Poison drauf. Boah du bist so einer. Rezo wo Sniperst du eigentlich hin? Ne Ahnung. Ich Sniper nirgends. Guck nur wer wo ist. Early Traitor Traum. Wo? Ja Logi. Hm? Early schlägt mich auf dem Koffer. Da loot Ice Lee. Bei mir? Es ist es nicht. Doch Ice Lee ist es. Da flog grad ein Koffer runter oder sowas in die Richtung. LOKI 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 Alter war das Skeletion. Alter war das Skeletion. Alter war das Skeletion. Alter war das ein Skeletion. War das ein Skeletion Bitches. Early feiert sich einfach selber richtig hart. Wieso hat sie nicht. Das war eine Lüge. Ich hab ihn. Ries oder was ist. Oh mein Gott. Du hattest auf mich geholfen. Das ist ein Mongo. Ich hab dir doch geholfen. War Logi jetzt Traitor oder nicht? Ich hab dann zwar den Gill geklappt. Logi war Traitor ja. Okay. Das heißt Early ist erstmal sicher. Ja. Und ich hab ihn getötet. Und ich hab ihn getötet. Ich verfolge grad den anderen Traitor. Nein. Ich hab's Logi getötet. Wer schießt da? Aber Early. Ich komm nicht mehr raus. Dalu würde ich sagen und irgendwer anders. Ne Moment. Dalu ist hier oben. Okay. Kein Problem. Ich hab dich hier oben nicht gesehen. Wie gesagt. Der andere Traitor. Ich bin genau hinter ihm. Geht das nicht mit dem? Redo Königskind kommst du dir hoch. Ja. Ich bin aber schon hinter dem Traitor. Ich bin jetzt auch bei den Typs. Die Stadt ist sicher. Ups. Ich versuch's grade mit dem. Jetzt. 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 Kommst du jetzt raus? Ich schieb's noch. Wir stehen nur noch bestimmt wenn ich das releasee. Nein stehen wir nicht. Der Traitor steht hier. Sind wir jetzt alle hier? Der D steht hinter mir. Ja und einer von euch ist noch Traitor. So. Sechs leute sind vier. Ich hab die Leiche runtergeworfen. Die Traitor Leiche. Ich kann doch Eisley jetzt so einen Headshot geben. Ich hätte euch jetzt alle schon gerettet. Eisley ist der andere. Okay. Erli hat einen Brand geworfen. Aber er hat ja die Brandgranate trotzdem geworfen. Und Eisley ist Traitor leider. Aber er hat doch einen Traitor erschossen. Ja aber er hat doch einen Traitor erschossen. Heute ist es Eisley. Oh da ist noch jemand oben. Wer ist denn das? Wieso? Okay. Ja. Leute es ist Eisley. Das ist jetzt hier Eisley? Jetzt sagt Sado was. Keiner glaubt ihnen also stimmt es. Aber wenn wir ihnen glauben dann stimmt es ja wiederum wieder nicht oder? Und dann ist es wieder so und dann ist es wieder so. Moment. Wieso hat sich Eisley entfernt von hier? Wieso ich bin doch noch da? Hast du denn? Ich stehe hier. Die ganze Zeit schon. Da standst du aber eben nicht. Doch. Wie gesagt den Traitor wiederbeleben kann sie nicht. Denn der ist tot. Dann habe ich runtergeschmissen. Hier König hin das schenke ich dir. Wir sind gerade am toten Punkt angelangt habe ich das Gefühl. Da geht's los. Erli. Erli. Oh Gott. Ich weiß noch nicht auf wen. Jetzt. Erli. Eisley. Ohne Eisley schießt Leute. Von wo? Ey das ist doch Kacke wenn alle auf einem Fleck stehen. Da kann man doch gar nichts machen. Wieso wolltest du mich doch umbringen kann? Ja du hättest abhauen können noch auf nem anderen Turm und von da aus ballern können. Mein Gott. Das hättest du auch nicht geschafft, Zalu! Nein! Ja, sah so aus! THD, dann wärst du auch, ähm... Nein, schneller, 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 schneller! Wann wär ich sofort verdächtig gewesen? Wenn man sich dann von der Gruppe entfernt, dann ist man auch sofort zum Abschuss freigegeben. Nein, ich hab das fast auch nie getötet. Ich wollt's im Flug abschießen, das hast du gesehen! Dann hätt's ja versuchen können. Es war wirklich sehr schwer, weil alle noch... es waren wirklich alle noch voll am Leben. Ja. 2, 3, 2 und so. Und ich hatte Eisley sowieso im Verdacht. Reso? Ja? Ach, nur fester, okay. Ja. Hallo! Reso macht immer noch fester. Wie bei Logi? Jemand wurscht geschrien oder so, hey. Ah, äh, Dalu, Dalu ist... Warte, 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 fliegt die Leiche? Er war Traitor, ich hab Dalu getötet! Reso, schieß auf mich! Endlich mal! Der D ist verwundet! Wieso ist der D verwundet? Weil ich hier ein explosives Fass in die Luft gejagt hab! Loool! Ich bin mal nicht... Ich bin mal nicht gestorben! Heißt, ich bin... ich bin traurig, Alter! Ich hab Dich erschossen! Ich bin traurig! Ich bin traurig! Ich bin traurig! Ich hab Dich am 16 auf dieser Bett! Dann schießt sie mich auch noch mit einem Schuss weg! Ich wollt' nicht vom Platz schubsen! Ich wollt' nicht vom Platz schubsen! Ich bin auf der Brücke, ja? Komm her! Ja! Welches Fass? Das, was grad' explodiert ist! Wieso ist dieses Fass nicht zu sehen? Wer schießt hier? Wieso ging das neben mir los? Wieso ging das neben mir los? Wieso ging das neben mir los? Ich hab' geschossen! Ja, aber ich wusste nicht, dass ihr hier seid! Ich sitz euch gegenüber CAD! Ich hab' echt nicht gewusst, dass ihr da seid! Reso, dafür muss ich dich leider... Das Reso, Reso schießt auf... Kiesa! Fester, hier war! Da hattest du voll Spaß dran! Ja, Reso hat doch gerade auf Logi geschossen! Da ist Early Boy! Nein, ich hab' aufs Fass geschossen, aber ich hab' nicht gewusst, dass da Logi ist! Da Logi geht Richtung Twin Tower! Und da ist ne Smokegranate auf einmal explodiert! Wo seid ihr alle? Ich hab' was für Dich! Mach's Begut, Kollege! Achtung! Ich hab' keine Sicht mehr! Au! Au! Was ist das bitte? Ich hab' ein Explosives Fass geschmissen! Daneben geworfen! Ja, ich weiß, wollt' Dich ja nicht erschrecken! Ja! Geil! Noch eins geworfen, danke! Und jetzt nimm deinen Koffer und geh! Hier! Komm, Koffer! Entweder du packst deine Sachen und siehst! Entweder du packst deine Sachen und siehst! Dann kam' ein Schuss! Wieso, hast hier jemanden umgebracht, die ist schon länger tot? Hahahaha! Hab' ich schon letzte Runde getötet! LOL! Okay, jetzt drei! Mach's wohl! Hallo, geh' weg! Ich muss hier noch das... Ich muss das hier noch sperren! Kelly, geh' mal! Aua! Hallo, der Gang muss noch gesperrt! Ich räum' mich grad' auf! Lugi, Fakes! Warum bist du verwundert? War der immer noch... Mh, weil der Rezo mich angeschossen hat! Was macht's auch hier? Au! Jetzt habt ihr mir Schaden gemacht! Schuldige... Okay, Dalu! Dalu macht hier wieder Action! Ist diese Leiche schon ein... In... 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 Das ist ein NPC! Gehört die wirklich nicht zu uns! Wo der noch nicht? Das ist ein NPC! Gehört die wirklich nicht zu uns? Nein! Guck doch! Wir hatten... Würden sie sie bitte entsorgen? Ah, das ist meine Vergewaltigung... Wenn ich tot bin, ist es Lugi... Würden sie die bitte entsorgen oder sie werden erschossen? Ja, das ist ein Random, aber okay... Er schießt! Oh, macht das coole Sound! Würden sie die bitte entsorgen? Ja! Ja, dann töte mich doch! Warte, wo willst du denn hin? Wenn du denkst, dass ich ein Traitor bin, weil ich nur ne Leiche hinwegschmeiße... Nicht mehr leider uns gehör... Das würden sie die bitte entsorgen! Wir werden aber stehen, Mensch! Nein, nein, nein! Nein, du bist doch Traitor! Ich mach das Fenster kaputt machen! Ja, nein, nein! Willst du mich zu anschen, Junge? Eisley, warum hast du auf den einen gesnipert? Ihr seid's beide! Ihr seid es beide! Ihr Senke! Nein, nein, nein! Wie viel... Eisley! Eisley! Sie wollen mich... Hey! Hey, hey, hey! Ja, Early, du hattest die Dings-Gun! Die, 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 die Gravity-Gun! Scheiße! Early ist es, Early ist es! Brauch hier Unterstützung! Unterstützung! Feiße! Ha! Ich wusste, dass ihr beide seid, ihr verrät! Du wolltest auch nicht die Scheibe kaputt schießen, du hast nur wieder mal verfehlt! Nein, die wollen echt die Scheibe kaputt schießen, aber du bist nicht stehen geblieben! Und ich bin tot! Eisley, jetzt schieße ich dich ab! Dalu ist es! Ah, du darfst dich nicht abschießen! Du darfst mich nicht abschießen! Es gibt eine Rolle, mit der ich dich abschießen darf! Pass auf, wenn Eisley tot ist, ist Dalu! Eisley's Traitor! Du darfst dich abschießen! Dalu! Was ist denn? Hab dich nur gesehen! Du hast ein explosives Fass vergessen, Königkind, nimm das mit! Königkind! Soll ich damit? Aufschießen, wenn du daneben stehst! Logi, Fax ist Traitor! Damit ich schneller tot bin! Damit ich schneller tot bin! Das stimmt nicht, Early! Doch, da in der Mitte auf den Häusern! Ich hab's gesehen, da hat irgendjemand erschossen! Da vorne liegt ne Leiche! Uuuuut! Logi ist Traitor! Lolololol! Das kann... Wasser auf Eis wieder ziehen! Wow! Eisley! Da vorne Eisley! Siehst du die Leiche? Also Königkind ist fast tot, weil er gerade runtergefallen ist! Selbst da links hinter dem Dach Eisley! Soll ich hingehen? Warte Eisley! Bleib stehen, ich mach! Bin ich! Ja! Dalu, tu mal die Leiche! Ich glaub mit Dalu, ist das Dalu! Ja, ich bin mit Dalu unterwegs! Dalu, die Leiche! Wo denn? Sag mir wo! Sag mir wo! Achso! Oh, Entschuldigung! Dalu ist es! Ey! Ich hab doch nicht aufm Boden geguckt! Ich zieh immer auf Kopfhöhe! Der links! Da hinter dem Dach! Genau da ist jetzt! Ich hab Logi getötet! Ja, ich hab das Ding ja schon... Hab ich das Ding nicht... Ich hab Logi getötet, der war Traitor! Eigentlich würd ich ja reden... Da stand eben schon oben rechts! Puddy was innocent! Das stand gerade aber! Ey, wer schießt auf mich? Ne, schießt gar nicht auf mich! Eisley, wo bist du? Ich bin bei Early aufm Dach! Welches Dach? Moment, Moment, Moment! Lass mal ganz kurz... Ach, du bist der Detective! Jetzt bin ich erschießen! Also, CHD oder... CHD oder Königskind? Eisley, welches Dach? Ehm, Preso läuft wieder live hier rum! Ja, das ist logisch! Ehm... Eisley, sag mal bitte, wo die Punkte... Lass mal mal... Sag mal bitte, wo die Punkte sind! Eisley ist aber auf der anderen Seite! Wo was ist das Dach hier? Auf dem anderen Seite? Nee, auf der anderen Seite Eisley! Also Eisley! Wir haben jetzt... In dem Viererturm und... Early! Ich hab... Ich weiß nämlich wer Traitor ist! Early! Dann ist es nämlich CAD! Was war das Dach... Ehm... Na gut! Logi, warum bist du so doof, Alter! Wieso lässt du dich direkt am Anfang töten? Ich schwör... Äh... Erli hat mich wieder gekillt! Königkind auf... Königkind auf... Nein! Lass dich mich am Anfang töten, verdammt gescheiße! So kann man nicht spielen! Du hast doch einen Schuss abgegeben! Oder hast du auf einen Fass geschossen? Auch nicht! Ich hab wieder... Noch keinen Einzelschuss gemacht! Wer hat mich denn gekillt? Dann hat... Hat jemand anderes noch auf dich gesnigert? Das war Reso! Logi, ich hab dich noch gesagt! Achso! Das hatte die Reso gesagt ganz am Anfang! Aber ich war doch gar kein Traitor! Was sagen sie alle? Du warst Traitor, du dreckige... Vor allem hast du sogar noch auf mich gezielt! Und die Reffen so... M-m-m... Könnte knapp werden! Bam! Drück ab! Aha! Okay Traitor! Dado ist bei mir und ich bin Detective! Da hinten ist noch Early! Also wenn ich sterbe und keiner was macht, ist es Dado und Early! Ich geh erstmal Musik anmachen! Early jetzt haben wir seinen Schieß! Hahahaha! Early hat gerade Dado getötet! Ich bin im Bett! Warum, warum Early? Warum hab ich das geschafft? Ich versiebe dich! Hier gibt's ein Bett! Ja! Voll sweet! Okay, aber auch noch! Ist das gegen Fenster? Hier ist ne Leiche! Reso killt Inno! Königskind ist bei mir! Die sind massenweise Leichen! Ähm... Paddy ist bei mir! Warum sind hier so viele Leichen? Ja, ich trau' da den Leuten hinten nicht! Weil Early... Paddy ist immer noch bei mir! Und hier... Dado getötet! Dado getötet! Dado getötet! Und dann... Dado getötet! Paddy? Ja? Ja? Boah, Fliege! Hau ab! Ups! Wie hieß du hier so wild? Oh! Wer snipert hier! Äh... Dinge... Reso ist runtergefallen! Der Detective ist gerade gestorben! Hahahaha! Die... Oder? Wenn du sagst, dass ich tot bin, okay! Das sah voll so aus, als ob du hier runtergefallen wärst und verreckt wärst! Ja, wär' ich auch beinahe, wär' ich weiter da hingegangen! Bist'n nicht? Ja, und ich hab' kein Geld für ne Heeles! Wenn ich sterbe, ist es CAD! Du musst n' Traitor killen, dann hast du... Money, Money... Oh, fuck! Lol! Leiterfell! Ach, da bist du! Near Death! Und CAD steht da auf dem... Türmchen! Also wenn ich sterbe, ist es CAD! Was war das? Irgendjemand hat gestöhnt! Hahahaha! Da liegt ne Leiche! Moment, ich... Versuchen! Da ist unser Detective! Da flug! Was ist das CRD? Ne, du kannst das nicht... Du warst ja auch von... Hast du den Schuss gehört? Also nein! Die stimmt doch nicht von alleine, einfach so! Warte mal, was haben wir hier? Oder ist... What the fuck? Versuche hier grad mal irgendwie ein bisschen anzuecken, ob man hier irgendwie Schaden kriegen kann. Aber ich hab' hier grad Schaden bekommen von irgendwas! Hehehe! Übrigens, Logi, das Interface ist immer noch verpackt! Ich hab' oben immer noch alle Personen stehen! Ja, hab' ich auch gehabt! Ähm... Hä, wieso habt ihr alle Personen stehen? Ich hatte zu, dass... 1.007! Wenn er unter 1.000 fällt... Wenn er unter 1.000 fällt... Wenn er unter 1.000 fällt, macht man weniger Damage! Wenn er unter 1.000 fällt, krieg ich dann Bann! Hab' ich nicht gehört! Ne, ne! Ja, das heißt also jetzt die Runde, oder was? Der schießt nicht... Der schafft echt immer random Leute zu töten! Der schießt nicht, wie blöde! Das ist ja nicht so, dass wir random Leute töten! Der fliegt in die zugekamera da drüben! Oh, Dalu ist die Deck, du! Ach man, wir haben auch verloren! Alle sind tot, außer Dalu nachher! Geh weg, Rezo! Willst du mich töten? Dann hast du noch ein... 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 Geh weg! Ich bin fortgefallen! Ja! Du zielst du denn drauf? Ich hab... Ah! Ich hab' Logi geobachtet! Bitteschön! Warum teobachtest du Logi? Hä, wieso bist du nicht einfach mal hier oben? Ich hab' mal eben hochgeguckt! Ich weiß es nicht, weil ich denk', dass er Traitor ist vielleicht! Königskind, warum bist du ein Near Death? Weil ich da diese doofe Leiter runtergefallen! Logi hat ihn erschossen! Nein! Logi hat ihn erschossen! Ich schwör' ich hab' nicht geschossen! Logi hat ihn erschossen! Ich hab' überhaupt nichts gehört hier! Ich hab'n Traitor gekillt! Ich hab'n Traitor gekillt! Ne, ich hab'n Traitor gekillt! Ne, ich hab'n'n gekillt! Aber ich hab'n wirklich nicht gekillt! Aber er hat ihn nicht erschossen! Seid' ihn denn an überhaupt! Ich brauch' ihn nicht identifizieren! Ich weiß, dass der Traitor ist! Eisley ist runtergefallen! Ja, Eisley ist runtergefallen! Geh' ihn nicht identifizieren! Du bist doch wie auf'n Präsentierteller da oben! Hey, warum bist du fang'n? Ja, aber dann kannst du ja sehen, von wo geschossen wurde! Und der letzte ist... Ach, Mist, jetzt wollen wir einen Sniper! Hast du einen Sniper? Ja! Huch! Warte, ich versuchte mit der Deagle zu snipen! Huch, ich werd angesnippen! Hab' ihn! Du Arsch! Fick' dich an! Alter! Aber Erli hat ihn erschossen, hätte ich! Ja, weil ich hab's nicht gesehen! Deswegen konnte es logisch... Ach, scheiße! Da machte Deagle! Ja, ich hatte ne Drauf! Komm, eine Map noch! Warte, nimm' den! Ja, so heiß' ich bei Twitter! Irgendeine neue! Äh... War nicht... War nicht... Wolltest du nicht Stalingrad zocken? Du hast doch gesagt, die wär' so geil! Boris Final hatten wir doch schon noch!